Ich glaube an Gott, den Vater. Die erste Stelle nach dem Referendariat, das ist etwas ganz Besonderes. Prost Kumpel, ab das neue Jahr, die neue Schule. Das Thema dieses Aufsatzes läuft, warum brauchen wir Zuwanderung? Ja, warum? Nun, lasst uns hören. Wir brauchen Zuwanderer, weil wir billige Arbeitskräfte benötigen. Denn ohne billige Arbeit könnten wir unsere hochstehende Industrie nicht erhalten. Wir brauchen nicht zu folgen, dann seid ihr zufrieden von dem Gezäunten unendlich befreit. Was trinkt die Dame? Ich gebe einen aus. Was sie trinkt? Alles, was nichts kostet. Was meinen Sie damit? Sie ist das, was man wohl klassisch als gestrandete Existenz bezeichnet. Vielleicht bringen Sie mal eine Kollegin von Ihnen. Ich kann es nicht fassen, das kann nicht real sein. Und wenn, wie kann es nur allen egal sein? Alles dreht weiter und keiner, so scheint mir sie zu. Was heißen Sie bitte um eine andere Klasse? Denken Sie, die anderen sind besser? Wie läuft der Titel über was? Erlebnis-Pädagogische Seminar zu Förderung der Grund- und Dynamischen Prozessen. Genau. Gut bei Hausland. Ich empfehle mich. Hausland 2! Hausland 3! Wir gehen schnell! Ich werde seine Gedanken lesen. Das Tagebuch des Z. Jäger! Der mein Tagebuch liest! Stört! Was ist meine Anlage? Sag sie doch auch mal kurz, ich fahre sie nicht! Das lässt sich doch nicht entreden! Ich will ein anderes Zelt! Sofort! Steinn' nicht Sofort! W Sketch im Half Yiddels! ulturaéra coch Yahweh, deine Mitternall K senator, horn mich simärisch! Eine Zelt! Zelt! Hear jetzt auf transposegerelins magischen Blick auf hilarious! Da wir euch im Riesst! Vielen Dank.